Ich will, dass Sie dieses Unternehmen persönlich in die Hand nehmen. Was, ich? Nette Klamotten. Warte doch, ich kann heute Abend nicht, weil ich eine sehr wichtige Verabredung habe. Bring mich nicht um! Töte mich nicht! Lass mich leben, Mann! Wer sind Sie? Ich bin Batman! Lieutenant, gibt es vielleicht eine 1,80 Meter große Fledermaus in der Stadt? Alfred, lass uns einkaufen gehen. Jack ist tot, mein Freund. Du darfst mich Joker nennen. Ich bin ein bisschen betrunken und du bist überhaupt nichts. Hey, ein Drink und ich fang an zu fliegen. Wenn dieser Flutterfreak Terror macht, werde ich ihm seine Flügel stutzen. Ja! 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 Ja!